Die Märkte waren eigentlich gar nicht in so schlechter Stimmung, jetzt sieht es aber eher abwärtsgerichtet aus. Kann man daraus was tun? Wir wollen uns das mal angucken. Schön, dass ihr da seid zum Update der Indizes. Ich greife nochmal einmal auf etwas zurück, was wir gestern besprochen haben, nämlich eine wunderschöne Übung, die wir jetzt nochmal nutzen können. Wir hatten gestern ungefähr zu dieser Zeit hier ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, ja, wenn er da durchgeht, es wäre das typische Bild, dass irgendwas in der Art, das muss nicht exakt so sein, aber dass sich irgendwas in dieser Art fortsetzt. Was war vorausgegangen? 1, 2, 3, 4, 5, ein bisschen wackelig in die Richtung und die Hoffnung, dass sich das nach oben fortsetzt. Und tatsächlich haben wir ja gesehen, dass wir schon im ersten Schwung fast das zumindest mal erreicht haben. Später hat das dann tatsächlich dann erreicht. Also so viel aus der Theorie, beziehungsweise in dem Fall aus der Vergangenheit. Beim DAX sehen wir jetzt jüngst einen deutlichen Rücksetzer. Wir sehen das hier von heute Morgen eigentlich sehr zügig nach unten. Man hat den Eindruck, dass die Abwärtsrichtung vorläufig die richtige ist, was ich gar nicht so schlecht finde. Ihr erinnert euch, dass wir ja schon mal angedeutet haben in den übergeordneten Videos, eigentlich muss er da nochmal rein. Denn selbst bis dahin runter wäre es noch nicht negativ. Es wäre ja immer noch eine normale Korrektur. Ob das tatsächlich passiert, weiß ich nicht. Es wäre aber so typisch, dass man schon ein bisschen Spaß damit haben kann. Mal so als kleine Orientierungshilfe wäre vielleicht hier das Tief. Was war das? Am 4.4. und zwar am Morgen irgendwann. Und da lag das Tief bei, beim Future bei 14.348. Also das wäre vielleicht sogar schon eine Triggermarke für die Abwärtsseite, um dann hier nochmal nach unten zu gehen. Also vielleicht nicht so schlecht. Ist das dann auch ein Fünfweller? Auf einen großen Blick sieht das eher aus, als ob es hier vorne so ein Zigzag fast schon ist. Es ist dreiwellig, aber es gibt sowas, das ist vorne ein Zigzag, hinten ein Zigzag. Der Name sagt quasi zwei Zigzags. Doppelter Zigzag. Also Double Zigzag ist der offizielle Name dafür. Und wenn das wirklich so ungefähr so käme, wie ich das hier mal andeute, dann wäre das Ziel in etwa bei 14.000. Naja, da sind wir ja ziemlich genau da, wo wir ja sowieso das erwarten würden. Das ist jetzt noch graue Theorie, aber mal ein Hinweis, was da passieren kann. Noch schöner und deshalb auf jeden Fall mal einen Blick drauf wert, ist das, was wir beim Dow Jones gerade sehen. YM ist der Future-Kontrakt da drauf, der Juni. Und dann seht ihr, dass wir ja hier ebenfalls so eine ziemlich starke Abwärtsbewegung hatten, also so den vorderen Teil. Und hier jetzt im Moment eigentlich wackelig nach oben unterwegs sind. Und es ist die Vermutung, dass diese Aufwärtsbewegung mit diesen vielen Kursüberschneidungen, hier zum Beispiel, da zum Beispiel, jetzt kommt er wieder da runter. Das ist kein gutes Zeichen für impulsiv nach oben, also für die Haupttrendrichtung. Das lässt mich vermuten. Wenn es nicht die Haupttrendrichtung ist, dann ist es wohl die Gegentrendrichtung. Wenn aufwärts die Gegentrendrichtung ist, müsste sich ja das nochmal fortsetzen in irgendeiner Form. Sprich, jetzt wechsle ich mal, weil es ein bisschen grober ist, aber deshalb schön zu erkennen. Deshalb müsste sich irgendwie sowas hier nochmal nach unten fortsetzen. Also vom höchsten Punkt zum tiefsten und dann da nochmal hin. Oder machen wir es doch nochmal groß, dann könnt ihr es besser sehen. Also irgendwie sowas in diese Richtung. Das wäre super typisch. Ich mache es nochmal so auf diese Art und Weise. Also diese Entfernung hier. Dann haben wir eine 1 zu 1 Projektion, die uns ungefähr bis 34.160, na 170, wenn man es genau abliest, hier führt. Fände ich super. Das ist kein Versprechen, dass es passiert, aber dafür müsste es hier hinten jetzt sehr stark nach unten gehen. Das gucken wir uns gleich nochmal im Nahkampfchart an. Ganz kurze Übung zum Warmwerden. Wir können auch nochmal so ein bisschen Extention. Das clustert hier zwar nicht so sehr schön. Wir sehen, dass wir hier mehrere Unterstützungsmarken irgendwo in diesem Umfeld haben. Also auch wenn es nicht so richtig schön clustert im Sinne von, da liegt jetzt eine Marke auf einem Ding. Aber ich sage mal so, ungefähr so diese Zone hat man zumindest mal den Eindruck, naja, bis dahin wäre ja unterstützungstechnisch ganz in Ordnung. Und ihr denkt da dran, dass die 38er Marke, wo er ja sowieso immer ganz gerne hinläuft, also damit sollte man zielrichtungsmäßig durchaus rechnen. Insbesondere, wenn der vordere Teil ja dann doch hier mehr oder weniger so und dann hier wackelig hoch. Also so eine Bewegung wäre ein Klassiker, ein typisches Verlaufsmuster, was wir immer wieder sehen und zwar gerne. Ich habe es beim DAX angezeichnet. Es geht hier aber auch hier zum Beispiel nach oben. Der Schub hoch, wackelig runter und die Fortsetzung hier in dem Fall nur umgekehrt, weil die Schubrichtung, die nach unten ist und die wackelige nach oben. Für alle Intraday-Freunde jetzt heute Nachmittag mal einen Blick auf den 5-Minuten-Chart geworfen. Da sehen wir genau wieder das, was ich so gerne sehe, nämlich eine scharfe Abwärtsbewegung. Die sehen wir hier. Viel schöner, als ich sie gezeichnet habe. Jetzt fängt er hier an zu knubbeln. Auch nicht wirklich ein Fachbegriff. Aber wenn es hier so wackelig hier nach oben geht, naja, dann ist wieder tatsächlich die Abwärtsseite die stärkere. Und das würde für weitere Tiefen sprechen. Denkt an das Zwischentief als Trigger. Ja, dann habt ihr eine Orientierungshilfe, an der ihr euch da einigermaßen festhangeln könntet, wenn ihr das denn wollt. Also insofern für die Kurzfristigen unter euch vorläufig die Abwärtsseite interessant. Keine Sorge, es ist jetzt nicht gesagt, nur weil ich jetzt im Moment abwärts hier in den Fokus stelle, dass der Kurs jetzt maßgeblich tief und ewig weit nach unten fallen muss. Das kann passieren, ist aber erstmal nicht die Aufgabe. Die erste Aufgabe wäre jetzt so um die 34.200 zu sehen, vielleicht in etwa, dass wir das vielleicht in den nächsten vielen Stunden, wenigen Tagen erreichen. Halte ich für realistisch und würde sowohl in die übergeordneten Bilder, wo wir ja diesen Rücksetzer gerne hätten, als auch in das mittleres Bild, diese scharfe Abwärtsbewegung passen, aber auch eben in das, was wir hier im ganz Kleinen haben. Insbesondere, wenn er jetzt hier die Gegenbewegung nochmal macht, als Fortsetzung dieser Geschichte. Wie könnte das Ganze noch gestoppt werden? Wenn der Markt natürlich jetzt nicht so irgendwie hochgeht und nicht die Unterseite triggert, sondern wenn sich das Bild jetzt, warum auch immer, so entwickelt. Ja, dann muss ich nicht Short gehen. Wo soll ich denn da Short gehen? Ich brauche doch dieses ABC. Guckt euch das Video von gestern notfalls nochmal an. Da könnt ihr es nochmal vergleichen, wie das in etwa ist oder warum auch nicht. Also insofern, das wäre der Killer sozusagen, Vorläufe für die Short-Variante. Im Moment sieht es nicht danach aus, die letzte starke Bewegung abwärts, die wackelige Bewegung nach oben und deshalb der Fokus eher auf der Abwärtsseite. Das mit der schnellen Abwärtsseite, das haben wir auch beim ES, das ist der S&P Future. Ihr seht die starke Abwärtsseite hier ebenfalls. Wackelig nach oben wäre das entsprechende, was ich da gerne sehen würde. Wir haben es hier vorne so ein bisschen nochmal hin und wieder gesehen. Das große Bild, ich habe hier die alte Zeichnung drin, da hat sich nichts dran geändert. Auch hier denken wir ja noch an den Rücksetzer, einfach die Korrektur dieser Geschichte. Und beim Nasdaq ist es grundsätzlich genau das Gleiche, sowohl im kurzfristigen Chart, 5 Minuten, 15 Minuten Chart, mit der starken Abwärtsseite aktuell wackelig nach oben, ist die nächste Einladung für den Short. Und auch dort die Korrekturbewegung gerne bis 14.400. Ob er wirklich so tief kommt, weiß ich nicht. Aber wundern würde es mich ehrlich gesagt nicht. Wenn er aber da hinkommt, dann haben wir da eine Menge Unterstützungsmarken. Deshalb wäre das so mein vorrangiges, mein erstes Ziel, wenn er mir Trigger, also wenn er mir Einstiegsmöglichkeiten für die Short-Seite gibt. In diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als euch viel Erfolg zu wünschen. Vielleicht findet ihr die eine oder andere Gelegenheit, um den Einstieg da vorzunehmen. Ob es dann nachher nach oben geht, so wie das hier beispielsweise nochmal, mal kurz das Augentraining, wenn ihr sowas habt, ist das natürlich ganz klar eine Long-Situation. Auch hier ist noch dreiwellig, also vorläufig Long-Situation. Wenn es hier umgekehrt so aussieht, naja, dann wird es wohl vorläufig Short-Situation sein, wie das halt immer gerne ist, wenn es irgendwie dreiwellig oder überschneidend nach oben geht. Also hier haben wir mit Überschneidung oder dreiwellig, wie auch immer, das ist eher nicht das Hauptrichtungszeichen. So, jetzt habe ich euch mehr als genug Anregungen gegeben. Den Rest müsst ihr jetzt selber drauf gucken. Ihr sollt ja auch Spaß haben. Wenn ich euch jetzt alles vorsagen würde, was ich denke, was nicht immer erfüllt wird vom Markt, aber was ich denke, dann habt ihr ja gar nichts selber zu tun. Das wäre ja auch schade drum. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.